Hallo, heute zeige ich dir die Schnelldruckfunktion von HelloCash. Du klickst einfach auf Einstellungen, wo du alle möglichen Einstellungen definieren kannst. Zusätzlich klickst du dann auf Kassa und hier kannst du weiter unten den Schnelldruck aktivieren. Dazu kannst du natürlich auch einen Mitarbeiter anlegen, den du standardmäßig aufgedruckt haben willst. Zum Beispiel Daniel. Du klickst auf Speichern und dann klickst du auf Rechnung erstellen und du bist im normalen Menü, wo du bonieren kannst. Hier hast du Möglichkeiten Artikel zu übernehmen und wie du siehst, kannst du hier einfach auf Drucken klicken. Im normalen Fall ist hier Zahlung, wo du unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten etc. auswählen kannst. Wenn du nun hier auf Drucken klickst, kommt unmittelbar darauf das Druckmenü. Du klickst auf OK und der Bonus hier. Das heißt, was du machen kannst, du kannst nun sehr schnell bonieren. Ich zeige dir wie. Zum Beispiel Artikel, Artikel, Drucken und es wird gedruckt. Artikel, Artikel, Drucken und es wird gedruckt. Das heißt, es ist nun sehr einfach und effizient möglich, wenn du Anwendungsfälle hast, wo du rasch viele Bons verwalten kannst. Selbstverständlich kannst du diese Bons dann alle im Menü Rechnung verwalten aufrufen. Das war's. Bei Fragen wende dich einfach unser Support-Team. Danke und liebe Grüße, dein Lorenz. Danke und liebe Grüße. Danke. 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 Danke.